Da ist es jetzt ordentlich vorbereitet. Dominik Schmalzhaf ist bei uns. Habt ihr denn diese Pleite zum Abschluss schon einigermaßen verdaut? Ja, es ist natürlich hart. Wir haben viel vorbereitet, auch für die Fans natürlich. Wir kommen so langsam wieder in den Alltagstrott. Die Coaches sind schon gut dabei, die Gegner zu analysieren und wir fangen jetzt am Mittwoch beziehungsweise nächste Woche Montag dann wieder mit dem normalen Training an, um uns natürlich bestmöglich auf die Fellbach Warriors vorzubereiten. Jetzt war es natürlich eine große Chance, die ihr nicht nutzen konntet. Was nehmt ihr trotzdem Positives mit aus dem Saisonfinale? Unsere Defense war extrem stark. Wir haben in Anführungszeichen nur zwei Touchdowns zugelassen. Die Defense hat die Schwebischal Unicorns immer recht gut stoppen können. In der Offense hat es ein bisschen geholpert. Das heißt, wir versuchen jetzt unsere Spielzüge natürlich dementsprechend anzupassen. Für die Fellbach Warriors die Defense nochmal gut zu analysieren und dann unsere Offense danach auszurichten, um dort dann wirklich viele Punkte zu generieren. Wie läuft das denn jetzt in den kommenden Wochen? Also Analyse des Gegners ist so ein Punkt. Wie findet das statt? In der Landesliga bzw. in Deutschland ist es so, dass die Mannschaften ihre Spielzüge filmen, die dann öffentlich teilen unter den anderen Mannschaften, dass jeder weiß, was spielt der Gegner, worauf kann man sich vorbereiten. Das wird von den Coaches, also vom Defense Coordinator und von Marvin Washington, unserem Head Coach, analysiert. Die anderen Position Coaches helfen da dann natürlich mit. Und daraufhin wird dann im Training die jeweiligen Spielzüge einstudiert, um sich da dann vorzubereiten. Wenn man sich jetzt mit Football nicht so auskennt, dann klingt das erstmal sehr erstaunlich, dass man sagt, eine Mannschaft gibt komplett ihre Taktik preis. Aber das ist so an sich abgemacht und gar gut gäbe. Genau. Also es hat natürlich auch ein bisschen den Wert, dass die Zuschauer ein bisschen attraktiveren im Football sehen, weil jeder weiß, was wird gespielt. Das heißt, die eine Mannschaft bereitet sich darauf vor, was wurde gespielt. Wir bereiten uns darauf vor, was haben sie gespielt. Das heißt, dadurch ist ein bisschen mehr Variation im Spiel und ich glaube, das profitieren da von beiden Mannschaften auf jeden Fall. Jetzt haben wir vorhin schon über die Stärken an sich gesprochen. An welchen Schwächen gilt es denn vielleicht noch die eine oder andere Stellschraube zu drehen? Gute Frage. Wir haben in der Saison eigentlich immer knapp 30 Punkte gemacht. Jetzt in dem Spiel eben nur sieben. Wenn wir normal Punkte machen, also über 30, dann gewinnen wir das Spiel. Das heißt, in der Offense ist es auf jeden Fall gerade ein bisschen Nachholbedarf. Daran gilt es erstmal zu arbeiten. Kann das vielleicht auch so ein psychologischer Aspekt sein? Gerade dann, wenn man eben dieses Tor schon direkt vor Augen hat, da winkt der Aufstieg, dass da vielleicht so dieser kleine psychologische Knacks auch kommt? Wir wussten von vornherein eigentlich, worauf es ankommt. Wir wussten, wenn wir gewinnen, sind wir Meister, steigen direkt auf. Wir wussten aber auch, wenn wir verlieren, dass wir in die Relegation müssen. Zwei weitere Spiele spielen. Das haben wir versucht zu vermeiden, hat leider nicht funktioniert. Klar, auch immer ein bisschen psychologisch dabei. Jetzt hat es für Schöpfe Schal gereicht. Allerdings, wir kriegen von denen auch ein bisschen Support. Die haben schon gesagt, dass sie zu den Auswärtsspielen kommen nach Vellbach. Ist nicht so weit und uns da auch unterstützen, dass wir nächstes Jahr wir zusammen spielen können. Dann drücken wir euch dafür die Daumen. Knapp einen Monat Vorbereitungszeit. Danke fürs Kommen und lieben Gruß an den Rest des Teams. Toi, toi, toi.